Ja, es ist wieder soweit. Ich muss mich jetzt einfach mal über die Jugendwörter aufregen. Und natürlich, Leute, waren die Jugendwörter früher viel schlimmer. Yo, was ne geile Gammelfleischparty. Ganz ehrlich, Gammelfleischparty? Das hab ich noch nie gehört. Ja, okay, das liegt vielleicht auch daran, dass ich 2008, wo das das Jugendwort des Jahres wurde, noch mit Spielzeugflugzeugen in Spielzeugtürme geflogen bin. Aber jetzt im Jahr 2022, Gommemode? Hand aufs Herz, Leute. Es wäre cool, wenn das gewinnen würde. Aber das Wort kommt einfach frisch aus ner Zeitmaschine. Das ist voll veraltet.